Hallo! Wisst ihr, was ich schwierig finde? Genau das hier. Einleitungen. Ich bin wirklich kein Experte, was Einleitung anbegeht. Ich denke mir schon die ganze Zeit irgendwas aus. Hm, was sag ich am Anfang? Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich bei meinen Let's Plays immer dieselbe Einleitung habe. Ihr kennt das ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Blablabla mit mir, den Simon. Das ist immer schön leicht und man kommt echt richtig gut in die Folge rein. Okay, jetzt aber für real. Jetzt starten wir für wirklich. Natürlich. Ähm, offensichtlich wisst ihr genau, worum es geht, denn ihr habt den Videotitel gelesen. Es geht um meine 5000 Abonnenten, die ich geknackt habe, was einfach nur richtig, richtig geil ist. Dafür bedanke ich mich auf jeden Fall sehr bei euch. Ähm, so hast du es immer schnell gesagt, so ein Dankeschön. Deshalb möchte ich so ein bisschen weiter ausholen, was, äh, was das genau für mich bedeutet. 5000 Abonnenten auf YouTube. Was YouTube genau für mich bedeutet. Ich bin hier jetzt schon seit 2016. Seit Anfang 2016. Und am Anfang, bevor ich ja meine Werbung geschaltet habe, die ihr ja auch kennt, die auch im Titel steht, dass es davon eine neue gibt. Ähm, oder geben wird. Äh, bevor ich die hatte, war ich ja komplett unbekannt. 30 Abonnenten oder sowas, ne? Innerhalb von einem Jahr. Weil man halt so ein bisschen untergegangen ist zwischen den ganzen Videos und mein Content. Muss man ehrlich sagen, jetzt keine neue Revolution ist. Ich mach halt das, worauf ich Bock hab. Und ich hab halt Bock auf Standard Let's Plays. Ähm, wo ich zu einer guten Überleitung komme, auf was YouTube für mich bedeutet. Ich selber, das wisst ihr vielleicht einige von euch, bin ja, bin ja auch ein YouTube-Zuschauer. Seit der 8. Klasse, wann war das? 2010? Schaue ich aktiv YouTube. Damals hab ich noch, auch wie das angefangen hat, ich hab einfach irgendein Spiel, was ich geil fand und was ich nicht zocken konnte. Army of Two war das. Beim, irgendein Let's Player, Wipes in Air war das. Das waren meine ersten Let's Player, die ich zugeschaut hab. Das sind mega kleine, mittlerweile ausgestorbene Typen. Ähm, bei denen hab ich das geschaut und dann hab ich so geguckt, ah, was machen die noch? Oh, Halo Left 4 Dead. Ähm, so Together-Sachen. Das war, das war schon verrückt, ey, das zu sehen. Und dann bin ich ja irgendwann auf Peatsmeet und sowas gekommen. Aber ja, welche, welche Let's Player ich cool finde, könnt ihr eigentlich auf meinem Kanal einfach sehen. Ich hab meine Abos da freigegeben. Ähm, ich hab nicht viele Leute abonniert, weil ich sehr viel YouTube schaue. Täglich, täglich auf jeden Fall baue ich meine Dosis an YouTube. Ähm, und wenn ich da so viele Abonnenten, also so viele Abos hab, dann, man kann gar nicht so viele Leute verfolgen auf YouTube, weil es halt, vor allem wenn man Peatsmeet abonniert hat, weil die unglaublich viel hochladen. Und ich mag's, wenn das so ein bisschen aufgeräumt ist, meine Abonnenten. Ich find noch mehr Leute cool als die, die ich abonniert hab, aber die, die ich abonniere, schaue ich tatsächlich auch regelmäßig. Ähm, ja, und dann irgendwann hab ich mir gedacht, 2016, oder eigentlich hab ich schon immer den Wunsch so ein bisschen gehabt, selber YouTube zu machen, aber als Kind wusste ich, oder als ich kleiner war, okay, meine Stimme ist richtig scheiße, noch schlimmer als jetzt. Ähm, ich will nicht einer von diesen 13-jährigen YouTube-Mycroft-Kiddies sein. Ähm, und dann irgendwann, 2016, kurz vor Ende meiner Ausbildung, ja, wobei, kurz vor Ende, das war ja zweites Lehrjahr, hab ich mir gedacht, ja, okay, jetzt, jetzt mach ich's. Jetzt hab ich ein PC, ich hab das Equipment, ich kann mir alles leisten, jetzt mach ich YouTube. Und seitdem lade ich jeden Tag eine Folge hoch. Mit außer Ausnahmen von, am Anfang hatte ich mal so ein, als ich Urlaub hatte, hab ich mal so einen kleinen Aussetzer gehabt von ein, zwei Tage, wo ich nix hochgeladen hab. Ähm, was ich, was dann halt immer, also mein Ziel war es immer so, täglich eine Folge zu bringen. Und dann hab ich das mal nicht gemacht, und dann hab ich mich irgendwie scheiße gefühlt. Weil jetzt geht's nämlich darum, was YouTube für mich bedeutet als Creator, oder als, äh, als YouTuber an sich, der nicht nur zuschaut. Weil, also, als Zuschauer ist es halt für mich wirklich Entertainment, Hammer-Nice, brauch ich jeden Tag, supergeil, ersetzt für mich alles Mögliche an Entertainment. Fernsehen, Bücher, Filme, whatever. Filme schau ich immer noch ein bisschen und Serien, aber eigentlich Hauptsache YouTube. Ähm, als Creator ist das so ein bisschen, ähm. Ich weiß, es hört sich vielleicht hart an, das als Sinn des Lebens zu nennen. Hört sich vor allem religiös und scheiße an. Ich würde, das, das ist, ich bereue ein bisschen, dass ich das gesagt hab. Es ist so ein bisschen, ähm, ich will halt ein bisschen was erreichen. Ich will was erstellen. Etwas, was Leute vielleicht cool finden. Und, ähm, ich weiß nicht, so, nach meiner Ausbildung halt jetzt, wurde ich halt übernommen, alles ist cool, ich hab einen Job, ich arbeite, ich verdiene mein Geld. Aber das erfüllt einen halt auch nicht. Es ist halt eine Arbeit, ne. Und als Hobby hab ich halt YouTube schauen und zocken halt. Aber als so ein bisschen Zweitberuf, so ein bisschen mehr als ein Hobby ist YouTube erstellen, YouTube-Videos erstellen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist so ein bisschen, jeden Tag, wenn ich eine Folge hochlade, denk ich mir, okay, ich hab was gemacht. Ich hab was getan. Ich hab nicht nur rumgechillt und YouTube geschaut oder irgendwas gezockt, sondern ich hab was erstellt. Auch wenn es, man könnte jetzt argumentieren, dass der Wert von meinen Videos nicht so, mhm, dass es wertvollere Sachen gibt, als jeden Tag so eine 0850 Folge hochzuladen. Aber für mich ist es halt was. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Urlaub habe, da hab ich halt viel an meinem Kanal gearbeitet. Ich hab den Kanal-Trailer erstellt, um den ich gleich auch noch reden werde. Und ich hab, ähm, meinen Kanal-Banner so ein bisschen bearbeitet. Das habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Ich weiß nicht, die, die den vorher schon kannten. Ähm, den hab ich ein bisschen aufgehübscht. Und das, das, äh, das erfüllt mich dann so ein bisschen. Dann denk ich mir, okay, ich hab was gemacht. Ich hab nicht nur rumgechillt. Damals war es immer so, bevor ich YouTube gemacht hab, ich hab halt Urlaub gehabt, hab dann halt gezockt und mich mit Freunden so ein bisschen getroffen. Und halt gechillt eigentlich nur. Und nachher hab ich mir gedacht, nach dem Urlaub immer, was hab ich eigentlich gemacht? Scheiße. Was hab ich eigentlich gemacht? Ich hätte die Zeit viel besser nutzen können. Und jetzt kann ich immer die Ausrede haben, hey, ich hab irgendwie gearbeitet. Ich hab übrigens auch für das, äh, Best-of 40, äh, Folgen von meinen eigenen Overwatch-Folgen geschaut. Was teilweise echt ermüdend war, weil ich die ja schon kannte alle. Ähm, teilweise aber echt lustig, weil die Folgen, die ich nicht, äh, mehr kannte, weil die so ein bisschen älter sind, ähm, die waren sehr interessant. Ich hab dir übrigens geschaut, das muss ich mal und da vielleicht auch ein bisschen erklären, um, äh, Material für mein Best-of zu finden. Das bald rauskommt, ähm, das ist, wer ist den Simon reloaded? Eine Fortsetzung von wer ist den Simon quasi. Ähm, ihr alle, also die meisten von euch, 90%, die auf diesem Kanal sind, werden ja meinen ersten Kanal-Trailer kennen, weil das ist ja meine Werbung. Und dadurch werdet ihr ja gecatcht, diese 5 Sekunden, die ihr Zeit habt, die zu überspringen, da werdet ihr ja dann gecatcht und dann, ähm, könnt ihr entscheiden, ob ihr weiterschaut oder einfach, ja, überspringend, was ich relativ fair finde. Aber davon hab ich auch schon mal ein Video gemacht. Äh, ja, davon kommt ein zweiter Teil raus und ich hab mir gedacht, so als 5000-Abonnenten-Special lohnt es sich mal, das echt, den zu aktualisieren. Ich hab jetzt wieder ein paar Videos rausgebracht, da hab ich ein bisschen Material und, äh, ja, da wird es sehr Overwatch, äh, fokussiert sein, also da wird es sehr viele Overwatch-Szenen geben, weil das halt eben auch, das ist die größte Serie, die größte Reihe auf meinem Kanal, das schauen die meisten Leute, macht mir am meisten, na, am meisten Spaß. Ich hab natürlich auch Spaß an den Horror- und, ähm, Dark Souls-Let's Plays, aber Overwatch ist halt, ist, ist irgendwie immer da jetzt, ne? Ja, das wird auch erstmal auf jeden Fall immer da sein, weil es halt so viele Leute schauen und weil es mir halt echt super Spaß macht. Overwatch ist halt immer so ein Spiel, das kann man immer spielen. Das ist echt sehr angenehm. Auf jeden Fall kommt davon ein zweiter Teil raus, äh, der soll zu, also wenn ihr das hier seht, ihr seht das am Samstag, da bin ich übrigens, by the way, auf dem Japantag, in Düsseldorf. Ähm, wahrscheinlich sogar während ihr das hier schaut, äh, und in den nächsten Tagen wird das kommen, vielleicht Sonntag schon. Samstag denke ich nicht. Ne, das werde ich nicht schaffen. Sonntag wahrscheinlich, oder Montag wird dann, äh, der Trailer kommen. Wer ist den Simon Reloaded? Ähm, könnt ihr euch anschauen. Hammer nice bestimmt. Äh, und ansonsten, ja, soll das eigentlich nur eine kleine Dankessagung sein, so wirklich, dass, ich hab so ein bisschen versucht zu erklären, was YouTube für mich bedeutet. Und deshalb sind mir diese 5000 Abonnenten, die, wie, dass sich das Leute wirklich angucken und daran Bock haben und das like und so, Kommentare schreiben, ist mir so viel wert, weil das macht diese Arbeit, von der ich am Anfang geredet habe, nochmal ein bisschen besser, weil ich erstelle was und es gefällt Leuten. Manchen, manchen auf jeden Fall, was ultra geil ist. Ausgenommen von den Hatern, das ist natürlich ein bisschen schade, aber Hater hat man halt immer. Ich glaube, wenn man Hater hat, dann merkt man, okay, ich bin schon doch größer. Ja, mit den Hatern kommen dann auch die guten Leute. Ähm, ja, also eigentlich soll es ein großes Dankeschön sein und ich hab versucht zu erklären, warum mir das so wichtig ist, warum ihr mir wichtig seid. Ähm, und ich hoffe, wir werden noch 5000 weitere Abonnenten das so weitermachen können. Und ich werde auf jeden Fall nicht die Lust verlieren, das ist, glaube ich, das Letzte, was ich verlieren werde, weil, wie gesagt, das bedeutet mir halt so viel und das ist so ein bisschen so eine Erfüllung. Sinn des Lebens, habe ich gesagt, was ein bisschen übertrieben ist, aber so ein bisschen vielleicht schon. Ich würde sagen, 10 Minuten ist das Video, äh, bevor ich noch mehr eure Zeit stehle, würde ich mich verabschieden. Schaut auf jeden Fall den Trailer. Ähm, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag oder Abend oder was auch immer, in welcher Lebenslage ihr euch auch immer gerade befindet. Äh, wir sehen uns in einem von meinen Projekten. Bis dann. Ciao.